Yo, 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 Leute! Ich bin's, euer Rusko! Yo, jeder von uns ist ab und zu mal krank. Wie passiert sowas? Aber ich habe mir gedacht, ich gebe euch mal meine Tipps, was ich so tue, wenn ich krank bin. Ey, und glaubt mir, es wirkt wirklich. Boah! Also, als allererstes rate ich dir, wenn du krank bist, am besten solltest du den ganzen verdammten Tag unproduktiv auf dem Sofa oder im Bett liegen. Außerdem, da du super, super frustriert bist, dass du schon wieder krank bist, solltest du dich irgendwie ablenken. Und zwar irgendwie mit Videospielen oder irgendetwas, damit du nicht darüber nachdenken musst. Oh, und super, super wichtig ist es, dass du dich mit jedem Dreck vollstopfst, der dir entgegenkommt. Egal ob McDonald's, Burger King, Kentucky Fried, whatever. Ich meine, ey, du bist krank. Du kannst eh nicht zum Sport. Und ohne dein Hot Buddy mag dich doch eh niemand. Oh, und nicht zu vergessen, was super wichtig ist, du solltest am besten jede Nacht so bis zwei oder drei oder noch länger wach bleiben. Denn du musst dich in deinen Depressionen suhlen. Und wieso du es nicht schaffst, regelmäßig und konstant Arbeiten abzuliefern. Du musst doch eh super, super schnell wieder funktionieren, oder? Wir leben doch in so einer Welt. Boah, Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Tipps helfen. Und du, wenn du nächstes Mal wieder krank bist, schau dir mal eine Scheibe von mir ab. Mal gucken, wie du dich danach fühlst. Ich bin's, euer Rosco, ich liebe euch.